Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir zusammen eine Abo-Box auspacken und zwar ist die InStyle-Box gerade angekommen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Video entsteht in Kooperation mit BoxPalace.de, dort kannst du die Box auch bestellen. und ja, das ist eine Beauty-Abo-Box, die kommt nicht alle jeden Monat, die kommt nicht alle zwei Monate, die kommt alle drei Monate, weil das so eine Jahreszeiten-Box ist. Das heißt, hier habe ich jetzt die Herbst-Edition und ich bin sehr gespannt, was drin ist. Ich bin ungeschminkt, denn wir waren heute Morgen bzw. sechs Stunden heute von neun bis vier ungefähr renovieren oben und dann habe ich eben geduscht und hatte noch nicht so unbedingt Lust mehr irgendwie was ins Gesicht zu machen, und deswegen bin ich hier noch recht nöckelig vor dir und ja, ich bin sehr gespannt, was drin ist und ich würde sagen, wir gucken doch mal zusammen rein. Hier habe ich tatsächlich eine Karte, weil das ja eine Kooperation ist. Liebe Claudia, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit unserer Herbst-Edition und hoffe, dass du den Sommer genießen konntest. Hab viel Freude beim Auspacken und koste die letzten Sonnenstrahlen aus. xoxo Maria vom InStyle-Box-Team Ja, liebe Maria, also ich muss sagen, unser Sommer war ganz schön. Wir hatten recht spät Urlaub, aber er war toll und ja, doch, man kann sich so nicht beschweren. Und das sind tatsächlich jetzt heute irgendwie 23 Grad, morgen sollen es 27 Grad werden, also von daher ganz entspannt. Die InStyle-Box kommt in einem InStyle-Karton. So sieht sie aus. Und wir nehmen sie mal raus. Ja, die InStyle-Box kommt, glaube ich, nie in einem Special Design. Das heißt, es ist einfach das ganz normale Design von der Box, was wir hier alle drei Monate bekommen, genau, immer zu den Jahreszeiten halt. Und ja, ich bin gespannt. Wir schauen mal rein. Den Deckel kann ich nicht so vor euch abholen. Den muss ich hier halt hochheben. Und dann hebe ich die Box hoch. Und hier haben wir sie. Die Fall Edition, Herbst-Edition. Riecht nach nichts. Riecht nach Papier. So, dann packe ich den Deckel mal eben. Bisschen ordentlich hier alles. Hm, genau. Wir können aber den Kleewitz zusammen mal aufmachen. Der das schöne Seidenpapier zusammenhält. Und dann haben wir hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Die Preise von den Produkten suche ich dir online raus, ungefähr. Und blende dir das ein, weil das Problem ist, dass die nicht in diesem Heftchen drin stehen. Genau. Und hier lese ich die erste Seite nicht vor, weil da schon Spoiler drin sind. Wir wollen keine Spoiler. Wir greifen jetzt einfach mal in die Box und gucken, was passiert. Oh ja. Ein Heat-and-Care-Spray with Flexan 2. Keine Ahnung. 50ml Great Length. Ist die Marke. Und da gucken wir mal, was das machen soll. Hitzeschutz und Pflege in einem Produkt kombiniert. Ausgewählte Wirkstoffe schützen das Haar vor Hitze. Wow. Bis 300 Grad Celsius. Indem ein schützender Film ums Haar gelegt wird. Der Verlust von Feuchtigkeit wird gestoppt und belastende Umwelteinflüssen wird gezielt entgegengewirkt. Die Kennbarkeit wird verbessert und das Haar erhält einen gesunden Glanz. Great Length-Produkte wirken dual aktiv für beide Haarstrukturen. Okay. Ja, äh, ne? Kann ich mir ja mal reinmachen. Also ich denke mal, das ist wie so eine Glisskur-Lief-in-Tüdelü-Geschichte. Oh. Das hat einen sehr schönen Duft. Das muss ich ja wirklich mal sagen. Oh ja. Okay. Ja. Riecht sehr angenehm. Ähm, ne? Also ich weiß nicht. Ich würde sagen, das riecht einfach nach leicht parfümierter Creme. So irgendwie. Ja, so verteile ich mir das dann gerne mal in den Haaren, wenn ich meine Haare nicht über Kopf eingesprüht habe. Sonst mache ich das ja gerne über Kopf. Aber ich muss gestehen, ich bin gerade einfach zu faul, um aufzustehen. Genau. Äh, ja. Doch. Ne? Und das soll dann für leichtere Kennbarkeit sorgen. Also ich merke, dass ich mit meinen Fingern auch ganz gut durchkomme. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe gerade frisch geduscht. Da sind meine Haare sowieso so, dass man sehr leicht durchkommt. Aber gut. Ne? Schönes Produkt. Gefällt mir. Doch. Das benutze ich. Sowas benutze ich ja ganz gerne. So, next one. Na, komm her. Ach, guck mal. Hair Burst. Chewable Hair Vitamins. Das habe ich doch schon irgendwie schon mal gehört irgendwie. Strawberry and Black Currant. Flavored Vitamins and Minerals. Okay. Äh, das ist eine Nagerungsergänzung mit Biotin, Selen und Zink. Und das soll quasi deine Haare toll machen. Das sind 30 Fruchtgummi Pastillen mit Vitamine und Mineralien mit Erdbeer und schwarzer Johannisbeere Geschmack. Okay. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel, Kaubermonts mit Zucker und Süßungsmitteln. Wie viel darf man denn davon nehmen? Tägliche Verzehrmenge. Genieße täglich zwei Fruchtgummi-H-Vitamine. Verzehrmenge nicht überschreiten. Auch wenn es verlockend ist, mehr zu essen, belasse es bei zweimal am Tag. Okay. Okay, recht ansprechen sie das jetzt nicht aus, weil das ist halt in so einer Verpackung, ne, also wie Medikamente halt. Da sind dann Fruchtgummi drin. Ah ja. Okay. Riecht schon mal ganz gut jetzt hier direkt schon raus. Sehr, sehr, ja noch künstlicher Erdbeere, aber ne, ich mag sowas. Mhm. Ja. Okay. Und das soll dann jetzt wahrscheinlich dafür sorgen, dass meine Haare wundervoll werden. Ne? Ja, nett. Also, ne, hört sich jetzt auch nicht irgendwie verrückt an. Man muss immer aufpassen bei sowas, dass man halt vorher mal mit seinem Arzt sprechen sollte, ob man vielleicht irgendwelche Unverträglichkeiten hat oder, keine Ahnung, vielleicht an irgendwas einen Überschuss hat oder generell vielleicht auch an irgendwas einen Mangel. Macht auf jeden Fall mal einmal im Jahr mindestens, ne, ein großes Blutbild, lasst es mal untersuchen und dann kann man sowas auch, so wie ich, sorgenfrei zu sich nehmen. So, was haben wir hier? Oh, ne. Mit sowas komme ich nicht klar. Magic Pony. Oh, nie. Oh, sowas, sowas, das ist nicht meine Welt. Das wird irgendwann mal weiter wandern, weil das macht man sich hinten so in den Pferdeschwanz und dann soll das so voluminös aussehen und es ist auch noch schwarz. Also, das funktioniert bei mir nicht. Also, ne, dafür habe ich viel zu feines Haar. Achso, es ist im Prinzip tatsächlich wie so ein Make-up-Schirmchen, Make-up-Eye. Ich würde es tatsächlich auch fast schon jetzt zweckentfremden. Nur, du hast unten drin noch so einen Klettverschluss. Naja, ne, also, interessante Idee, finde ich ganz cool, aber ich habe für sowas leider keine Verwendung, weil ich das nicht, ich kriege das nicht hin. Was ist das? Das sieht schön aus. Bio Oleo Cosmetic, ein Süßmandelöl. Oh, das sieht hochwertig aus. Das sieht richtig hochwertig aus. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das so einfängt, dass man vorne diesen Elefanten drauf hat. Mega schön. Was ist das? Ein paar Tropfen Öl morgens und abends auf gereinigter Haut, Gesicht, Hals und Dekolltierauftragten. Einfragen und einmassieren, Augenpartiten vermeiden. Ja, hier steht sogar ein Haltbarkeitsdatum drauf, das finde ich gut. Bis 08 2020 ist es haltbar. Das ist sehr praktisch. Ist jetzt tatsächlich auch was für die kalte Jahreszeit. Ich habe jetzt aber schon Tagespflege drauf und will da jetzt kein Öl drüber geben. Ja, ich gebe mir das mal aber auf die Hände, weil meine Hände sind so trocken. Vom Tapeten abreißen, ich sage dir das. Das ist ein dösichtiges Öl, also jetzt nicht irgendwie gelb eingefärbt oder so. Hat jetzt so kein Eigengeruch auf der Hand. Oh, das tut gerade so gut, du machst dir keine Vorstellung. Mein Mandel hat ja eigentlich immer einen ziemlich intensiven Duft, finde ich, ne? Aber das ist sehr, sehr dezent, sehr zurückhaltend, was ich auch sehr angenehm finde. Schön, meine Haut fühlt sich gerade voll weich an, ne? Also Öle werde ich jetzt tatsächlich auch wieder im Herbst-Winter verwenden auf meinem Gesicht, anstatt von einem Gesichtsserum, ne? Aber dafür möchte ich erst das Gesichtsserum leer machen, was ich gerade benutze. Und dann, ja, kann ich mir gut vorstellen, das auch zu verwenden, weil das echt... Oh, das fühlt sich so reichhaltig an. Ich gehe auch gerade immer so, wenn ich rieche, mit meinen Lippen dran. Weil mit den Lippen kannst du immer am besten fühlen, tatsächlich. Und das fühlt sich so schön an. Next one! Oh ja. Oh, was bist du denn, Geiles? Tony's Chocolonely. Choco... Chocolonely. Aha. Crazy about chocolate. Serious about people. Hallo, ich bin Tony... Tony's... Oh Mann, was ein Name. Chocolonely. Mich gibt es, um der Sklaverei in der Schokoladenindustrie ein Ende zu setzen. Meine Mission ist es, die 100%ig sklavenfreie Herstellung von Schokolade zur Norm zu machen. Zusammen mit dir. Auf geht's. Gemeinsam machen wir Schokolade 100% sklavenfrei. Bist du dabei? Erfahre mehr auf der Innenseite der Verpackung. Och. Das ist aber interessant. Also das ist eine Schokolade aus Belgien. Und es scheint wohl wirklich dann, weil Fairtrade und so weiter, dass das dann auch entsprechend unterstützt und wahrscheinlich auch nochmal Geld spendet. Ach, hier drin steht's auch. Oh! Teile unsere Schokolade und damit auch unsere Story. Während du das hier liest, schuften Sklavenarbeiter, oh Gott, auf den Kakao-Plantagen in Westafrika, darunter auch viele Kinder. Das ist nicht normal. Unsere Vision für die Zukunft ist es, zu 100% sklavenfreie Schokolade zu erreichen. Nicht nur unsere Schokolade, sondern alle Schokoladen weltweit. Mit unserer wahnsinnig leckeren Schokolade gehen wir mit gutem Beispiel voran und zeigen, dass die Herstellung von Schokolade auch anders laufen kann. In Sachen Geschmack, Verpackung und Umgang mit den Kakaobauern. Wir selbst stellen unsere Schokolade sklavenfrei her. Doch gemeinsam können wir dafür sorgen, dass sämtliche Schokolade 100% sklavenfrei hergestellt wird. Deshalb bitten wir dich, mitzumachen. Denn je mehr Menschen sklavenfreie Schokolade wählen und unsere Story mit anderen teilen, desto höher ist 100% sklavenfreie Schokolade die Norm. Also ist das letztendlich deine Entscheidung. Bist du dabei? Teile unsere Schokolade und damit auch unsere Story. Ich habe das hiermit geteilt, muss ich ja mal sagen. Aber das wusste ich so auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, dass manchmal in gerade den afrikanischen Ländern andere Umstände als hier herrschen, ist uns, glaube ich, allen bewusst. Deswegen achtet man auch gerne mal bei Lebensmitteln auf Fairtrade und so weiter. Aber ja, das war mir so nicht bewusst und unterstütze ich sehr gerne. Und natürlich probiere ich die Schokolade dann auch, sagt ihr ja. Finde ich übrigens total schön, dass die Insta-Box dann auch solche sozialen Projekte unterstützt. Die sieht ja cool aus. Das ist so eine ganz andere Form von der Tafel. Also nicht so ganz klassisch in gleichen Stücken, sondern jedes Stück ist irgendwie gefühlt anders. Und jetzt habe ich das alles an den Fingern. Superlecker, super süß. Und die hat er auch Stückchen mit dran. Ich glaube, das ist Mandel. Und mit Karamell und Meersalz ist die. Boah, die ist so lecker, ich würde die am liebsten gerade komplett aufessen. Und dahinter steckt eine gute Message. Und die schmeckt auch noch so lecker. Das ist cool. Und guck mal, als nächstes haben wir hier eine Haarbürste drin von Pasa. Ich weiß, dass die richtig teuer sind. Seidiger Glanz Silky Shine. Ideal für pflegebedürftiges Haar. Ich probiere sie aus. Übrigens, dass du eine Box hier auch in diesem Video gewinnen kannst, hatte ich ja eben auch schon gesagt. Mega. Okay. Ja, sie geht ganz gut durch. Aber ich habe halt auch echt lange Haare. Also das ist eine Challenge immer für die Würsten, durch meine Haare durchzukommen. Die sind echt, ne? Wenn ich stehe, hören die hier auf. Und also da wäre mein Bauchnabel. So zur Relation. Ja, also jetzt mit dem getrockneten, relativ getrockneten Haargedöns und dann dieser Würste, ne? Seidiger Glanz. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Wow, guck dir das mal an. Ja. Ne? Läuft. Aber meine Haare haben auch gestern noch eine Kur bekommen und hatten heute über Tag Öl drin. Also von daher, ob das jetzt an diesen Produkten liegt oder an der Haarpflege, die da vorangegangen ist, weiß man nicht. Aber ja, die Bürste hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Aber es hängen einige Haare drin. Das ist nicht so geil, ne? Ja, jetzt sage ich euch eine haarige Bürste. Aber ne? Ihr habt den Prozess des Haare in die Bürste reinkommens selber mitbekommen. Und sie lassen sich recht blöd rausnehmen. Naja, geil. Ich muss das jetzt machen, weil ich habe so ein Spleen. Ich muss immer direkt meine Haare aus der Bürste rausfischen. Es sind schon ein paar, aber es geht noch, ne? Aber die Bürste, die gefällt mir. Die liegt ganz gut in der Hand. Damit kann man gut durchgehen. Also das ist gerade für glatte Haare, die ich habe, echt gut geeignet. Ne? Schönes Teil. Okay, hier habe ich jetzt ein Produkt drin, was, oder zwei Produkte sind das, ja? Die hatte ich schon so oft drin. Die werden in irgendwelchen Verlosungen landen. Von The Humble Co. Einmal habe ich hier die ganz normale Zahnbürste. Das ist die Zahnbürste, die aus Bambus besteht. Das ist der wohl am schnellsten nachwachsenden Rohstoff der Welt. Deswegen ist es eine sehr, sehr ökologische Zahnbürste, die man auch sehr empfehlen kann und die ich euch auch ins Herz legen möchte. Aber da wirst du ein bisschen mit zugeschmissen, muss ich gestehen. Genauso auch mit der Zahnpasta. Da hatte ich jetzt auch schon einige, also ich habe eine in Verwendung, eine im Backup, eine, die ich auch schon in Verlosung reingepackt habe und jetzt noch die. Also, jetzt reicht's. Genau. Also das ist ein bisschen viel und ja, das ist halt eine okaye Zahnpasta. Die hat mich jetzt bislang nicht vom Hocker gehauen. Ich habe sie jetzt fast leer. Ich muss sagen, dass ich herkömmliche Zahnpasten doch irgendwie angenehmer finde und auch empfinde, dass andere Zahnpasten tatsächlich eher und besser reinigen. Ne? Das ist jetzt so mein Langzeit-Review zu dieser Zahnpasta, aber sie ist öko-freundlich und sozial verantwortlich und ja, mit Aktivkohle und ne, es ist alles irgendwie ganz grün und alles gut, aber nee, etwas zu häufig. Nein! Von Sol de Janeiro. Leute, das soll auch im Adventskalender von der Brigitte Box mit drin sein. Das ist nämlich das Spoiler-Produkt, was man dort auf der Homepage sieht. Ach, du ahnst es nicht. Wenn du den Brigitte Box Adventskalender noch nicht bestellt hast, dann guck schnell bei mir in die Infobox. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Da gibt es die Klassik-Variante und die Premium-Variante, die sich halt auch im Preis und im Wert ein bisschen unterscheiden und ja, schau dir das auf jeden Fall an. Und hier habe ich von dem Sol de Janeiro tatsächlich 25ml drin. Das ist das Love it, flaunt it, you've got it. An instant rush of hydration for visibly lucious skin and lasting moisture. Also es ist quasi ein langanhaltender Feuchtigkeitsschub, wonach soll das Coco Cabana Cream Moisture Magnet Oil in Water Body Cream. Okay, ja, ich kann ja meine eine Hand ja damit mal eincremen. Das ist noch zu. Ach, ist das hübsch. Oh Gott, das riecht aber heftig nach Kokos. Oh, nee, aber sehr nach Karamell auch. Ich finde ja, dass es nach Karamell riecht. Ich möchte mir das jetzt mal kurz einbilden. Ich nehme auch das, was oben auf dem Deckel ist, um halt kein Produkt zu verschwenden. Das finde ich immer ganz praktisch, gerade wenn ich dann die Videos drehe, dass ich das dann halt nicht direkt aus dem Töpfchen teste, sondern dann halt vom Deckel nehme. Und wenn mir das so gar nicht zusagt, dann können Familie und Freunde das quasi unbenutzt bekommen. Freundlich, ne? So, dann wird das hier einmal verteilt. Oh, ja, der Kokosdupp kommt schon durch, aber so karamellisierter Kokos. Ja, das fühlt sich ganz gut an. Oh, meine Hände brauchen so Feuchtigkeit gerade. Das macht echt Sinn. Doch, also es riecht ein bisschen nach Kirmes, muss ich gestehen. Also wenn man so über die Kirmes geht, dann hast du ja immer diese karamellisierten Süßigkeiten, Häuschen, Gerüche. Ich finde, so riecht das. Das hat jetzt irgendwie nicht wirklich viel mit Kokos für mich zu tun. Vielleicht wegen Kokosfett, ja, ne? Das kann gut sein, aber, ja, ne? Also meine Haut sieht auch auf jeden Fall gepflegter aus. Gefällt mir. Doch. Wird auf jeden Fall doch von mir weiterverwendet. Denn ich rieche ein bisschen gerne nach Kirmes. Ich mag ja dieses süße, vanillige, fruchtige, blumige Mädchenkram halt. So, was haben wir hier drin? Ein Kürbis haben wir hier drin. Pumpkin Spice and Everything Nice. Pumpkin Spice and Everything Nice? Ein, ein, ist das ein Gewürz? Nein, das ist eine Kerze von der InStyle Box. Witzig. Eine Kerze von der InStyle Box mit Kürbisduft. Hä? Das ist doch kein Kürbis. Warte. Das riecht eher zimtig, aber doch nicht nach Kürbis. Vielleicht werden die anders, aber so würde ich eher sagen, dass es nach Kürbis, äh, nach, ähm, nach Zimt riecht. Wo wir wieder auf dem Weihnachtsmarkt wären und auf Kirmes und so. Oder ich glaube, das überwiegt, ich weiß nicht. Ne? Ist auf jeden Fall eine Kerze, die nach Kürbis riechen soll. Finde ich sehr, sehr cool für die Herbstbox. Das passt. Oh, da ist noch mehr drin. Ach, du warnst, boah, du warnst es nicht vor allem, ne? Du ahnst es nicht. Es ist sauviel hier drin. Einmal habe ich hier noch von Sante Naturkosmetik Lip Lacour Color Gloss. Ach, schön. In der Farbe 06 Infinite Ruby. Das ist ein richtig schönes, dunkles Kirschrot. Gleiche Farbe wie das, was ich mir eben auf meine Füße aufgetragen habe, also auf meine Fußnägel. Wie riecht der wohl? Nach Naturkosmetik. Wisst ihr, wie das aussieht? Jetzt hätte ich gerade Pommes mit Ketchup gegessen und als hätte ich jetzt voll den Ketchup-Mund. Aber so ein Rot habe ich noch gar nicht. Also das sieht echt irgendwie, irgendwie sieht es geil aus. Es sieht natürlich merkwürdig aus, weil ich meine Augen nicht gemacht habe. Ich meine davon mal ab, ne? Aber dieses Rot gefällt mir. Das ist schön. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so hell auf den Lippen wird, ne? Doch, gefällt mir. Ich habe gerne so Ketchup-Lippen. So, dann haben wir noch zwei Produkte hier drin und zwar sind das zwei Produkte von Starskin. Einmal die Seven-in-One Miracle Skin Mask Pads. Die hatte ich schon mal in einem Adventskalender mit drin. Das ist, ja, so ein Peeling-Pad, was du sieben Sekunden lang über dein Gesicht peelen sollst und dann lässt du es einwirken und wisch das morgens ab. Ich persönlich habe da tatsächlich überhaupt gar keine Wirkung verspürt, aber kann auch sein, dass das Ganze im Kissen war, weil ich bin ein Bauchschläfer und dann habe ich hier auch von Starskin Seven-in-One Miracle Skin Mask Pads. Ach, das ist eine Morning Mask. Ah, das ist die Overnight Mask und das ist die Morning Mask. Das ist quasi das, was du dir über Tag einwirken lassen musst, sollst, kannst. Ja, also das ist halt wie ein ganz großartiges Serum zu verwenden, sage ich mal. Das machst du dir nach deinem Toner im Prinzip auf dein Gesicht, lässt es dann ein bisschen auf deinem Gesicht, aber jetzt nicht lange, also wirklich sieben Sekunden, musst du es nur eben kurz einbatschen und dann bist du fertig. Okay, krass, ne? Ja, das wird weiter wandern, das wird getestet. Und ihr Lieben, das war es auch schon mit der InStyle Box von dem Herbst 2019. Ich fand die cool, die Box, also es passt auf jeden Fall. Ich finde, dass der Lippenstift voll zum Herbst passt, also das ist ein mega schöner Herbstton. Ja, wirklich, ne? Ich hätte noch was für meine Augen gebraucht, denn die sind doch jetzt nun etwas nackig, aber damit kommen wir, glaube ich, klar. Ansonsten, ja, coole Produkte, so Haarpflege finde ich persönlich ja immer richtig klasse. Oh, meine Haare fühlen sich gerade auch richtig schön gepflegt an, richtig toll. Und ich blende dir auch hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Erfahrungsgemäß bei der InStyle Box immer recht hoch, also ich würde jetzt auch bei den ganzen Produkten so auf die 90 Euro tippen, grob. Ich muss es aber noch recherchieren und habe sie dann ja auch eingeblendet. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!